Die Trizepsübung, Kickbacks oder auch Trizepsstrecken genannt, leider auch hier oft viel zu hektische, viel zu schnelle Bewegungsausführung, ohne jeglichen Anspruch an den Zielmuskel. Die Time Under Tension in keinem Fall eingehalten und somit größter Fehler. Die Kickbacks richtig ausgeführt, schöner geraden Rücken, Oberarm waagerecht halten, Unterarm nach oben zur Streckung führen und immer an beiden Enden des Bewegungsablaufs kurz anhalten. Ohne Umkehrschwung arbeiten, perfekte Ausführung.